hallo und herzlich willkommen in diesem video möchte ich euch ein modul für dnd vorstellen also für das dnd system das heißt alle diejenigen die jetzt eingeschaltet haben kein dnd system besitzen sorry leute ihr könnt euch trotzdem angucken wäre cool aber dieses modul funktioniert tatsächlich nur im dnt system der tome of heroes ist ein buch was jetzt erschienen ist es wurde per kickstarter gebägt also die kickstarter kampagne lief war auch recht erfolgreich wenn wir hier unten mal gucken 378.000 von 50.000 also das schien ganz gut angekommen zu sein und was ich nicht auf dem schirm hatte dass in dem kickstarter eine von der umsetzung inkludiert war ich habe mir den kickstarter auch nicht angeguckt als der lief muss ich gestehen ich bin aber auf cobalt press aufmerksam geworden weil sie mit mythgard eine recht coole welt haben die jetzt bei ulysses als pdf erschienen ist und ich ihr wisst ich mag das wenn alles auf deutsch ist und mit geld ist jetzt auf deutsch erschienen der tome of heroes nicht der ist auf englisch trotzdem wollte ich mir unbedingt angucken um zu schauen was macht cobalt press dann eigentlich qualitativ in foundry das modul selber findet ihr im cobalt press shop mittlerweile für 39 dollar 99 es gibt auch noch ein paar andere ich schaue mal ob ich da vielleicht noch mal rein gucke wenn ihr das modul kauft habt ihr die möglichkeit die pdf die sonst 30 dollar kostet noch für 9,99 dazu zu buchen und ja das war's danach bekommt ihr in der bestellung ein lizenz key den ihr wie gewohnt unter dem premium content auf eurer fondry page aktivieren könnt ich würde sagen genug der vorrede wir schauen mal direkt in das modul in dem in foundry selber habe ich mir jetzt einmal die modul beschreibung direkt hier rein kopiert um euch mal ganz kurz ein paar zahlen zu nennen es wird gesagt dass wir 70 neue subklassen ja subklassen oder unterklassen haben 20 neue spezies und unterkategorien von den spezies einige neue backgrounds wir haben einiges an equipment wir haben ja neue wege um magie zu verwenden dazu gehören zum die drakonischen runen also die drachen runen oder magische pflanzen das habe ich mir noch nicht durchgelesen soweit bin ich nicht weil ich das modul jetzt relativ frisch habe bin ich auch mal gespannt wie das funktioniert und über 50 neue zaubersprüche für eure charaktere hier unten sind noch ein paar fußnoten die sollte man sich gegebenenfalls noch mal durchlesen denn hier ist ein kleiner nebensatz und ich finde das sollte deutlicher erwähnt werden ich werde euch gleich zeigen dass einige der items die erstellt wurden wie zum beispiel spezies effekte drin haben und von denen funktionieren tatsächlich nicht alle effekte ohne das modul active effects ich weiß nicht ob ihr es kennt das modul heißt dynamic active effects using active effects meistens kommt noch das srd damit zu was man installieren kann aber dieses modul ist dasjenige was ihr braucht damit alle effekte in diesen items verwendet werden mit kogel presser noch mal schreiben dass sie das ein bisschen deutlicher kennzeichnen sollten das geht hier ein bisschen unter weil diese journal entry ist auch eintrag ist auch nicht in dem modul enthalten okay wir schauen aber jetzt mal in die kompendien und das ist umfangreich ich habe das hier mit kompendium voll das mal so ein bisschen strukturiert denn ihr seht sonst müsste ich mich ziemlich weit durchsuchen und das erste was ich euch zeigen möchte ist hier die umsetzung des journals ich weiß nicht ob das für euch interessant ist ich selber lese da auch ganz gerne mal in der pdf als dass ich immer foundry starten muss aber im endeffekt lege ich da auch viel wert auf dass es hier designtechnisch gut aussieht und ich finde das haben sie ganz gut gemacht es hat seinen eigenen design die haben ein eigenes ja sheet dort hinterlegt es sind bilder vorhanden die man sich angucken kann also auch schöne artworks ich persönlich mag das ganz gerne wenn ich schöne artworks habe in den büchern es gibt zusätzliche inspiration ich weiß nicht ich habe jetzt nicht kontrolliert ob wir wirklich alles mit artworks ausgestattet haben also jede der klassen und jede der spezies aber ich glaube das sieht optisch schon ganz schick aus hat ein schönes design und passt auch ganz gut zur pdf die ich mir hoffentlich irgendwann auch schaffe anzuschauen dann haben wir ganz ganz viele ja items oh ja was ich noch zeigen wollte ihr habt natürlich hier auch links drin die dann auf die jeweiligen dinge die hier erwähnt sind verweisen das finde ich ganz cool das ist so die stärke die ich hier in foundry sehe dass man alles verlinken kann und nicht gucken muss okay wo finde ich die jetzt die black powder domain subclass und muss es in den kompetenien suchen sondern ich klicke einfach drauf und habe alles vorhanden das finde ich unglaublich praktisch okay wir gehen das ganze mal von oben nach unten durch wir haben rüstung das sind fünf stück an der zahl dann haben wir backgrounds die backgrounds sind auch mit dem dnd system 16 eingerichtet aber gibt es den background als eigenes item sind hier komplett eingerichtet und und das finde ich jetzt zum ersten mal bei den backgrounds wir haben in dem effektetab die ganzen sachen die ihr durch den background bekommt die ganzen will ich nicht sagen ich habe es nicht kontrolliert aber viele sachen die ihr durch den background bekommt als effekt das bedeutet wenn ihr euch jetzt diesen background in den charakter zieht ich mal raus nämlich gleich noch mal als beispiel dann wird nicht nur das item hier hinzugefügt sondern auch der effekt angewendet wir bekommen der history schichte proficiency und können das einmal kontrollieren wir haben hier geschichte motiv erkennen ist inside gut dass ich jetzt vorher nachgeguckt habe diese ganzen sachen werden nahezu automatisch hinzugefügt das finde ich ziemlich cool muss ich sagen da ich selber viele items erstelle kannte ich das in dem umfang mit der proficiency auch noch nicht und werde das definitiv auf meine eigenen sachen noch mal anwenden und das ganze habt ihr hier in sämtlichen items die solche auswirkungen haben wo es sich mit einem effekt umsetzen lässt dass ich weiß wie viel arbeit das ist und muss sagen ja da hat sich jemand sehr viel mühe gegeben man muss auch dazu sagen das ding kostet halt auch 40 dollar da kann man natürlich auch sagen dass man so viel mühe erwartet und nicht einfach nur hier ein item mit text hat sondern auch ein bisschen mehr lässt sich bestimmt über streiten mich persönlich freut ist dass hier dieser weg gewählt wurde das erleichtert es noch mal so ein bisschen dann haben wir noch mal class features die passend zu den klassen und klassenoptionen kommen auch da haben wir sehr lange listen wenn ich immer kurz rein scrolle die class features recht umfangreich wir haben die klassen auch komplett ausgearbeitet sind mit bildern mit text wenn möglich ist oder das heißt wenn möglich ist wurde auch das 1.6 fortschritt system hier schon verwendet mit dem release also das ist alles auf die neueste dnt version angepasst und ich glaube viel mehr brauche ich dazu nicht sagen clockwork modifications gibt es noch creations da sind noch ein paar kreaturen bei das hier sind das hier ist eine rüstung war horse dann gibt es neue optionen für eure downtime wo es ja zufallstabellen gibt die eingesetzt werden können dazu gibt es auch einen journal eintrag der noch mal die regeln erweitert hier ist das draconic also den drachenruhen die drachenruhen sprüche das ganze wurde als märkmal angelegt hat einen einen text mit dem verweis auf das jeweilige kapitel wo noch mal beschrieben ist wie funktioniert das ganze ist finde ich ganz praktisch so dass man wenn man als spieler diese drachenruhen hat mit jederzeit in das journal springen kann und nochmal nachlesen kann wie geht das ganze überhaupt wir haben ein paar feeds sind ich würde sagen 15 10 bis 15 ungefähr hier haben wir noch ein bisschen ausrüstung zusätzliche dann haben wir gruppenthemen das ist auch eine zusatz regel in dem buch wo man gruppenthemen also eine themengruppe zusammenstellen kann und dazu noch ein paar zufallstabellen für angelegt hier ist die pflanzen magie herz magic mit seinen jeweiligen fähigkeiten wenn man kurz kurz in der sprüche nennt ist es ein ausrüstungs gegenstand auch interessant magische gegenstände haben wir noch mal ein paar ex of many strikes interessant mal gucken wo ich das rumliegen lasse dann haben wir hier die die spezies das ist auch noch mal ein großer fundus wobei man dazu muss hier ist die subrays drin also das sind unter unter spezies von den jeweiligen spezies bis hier gehen spezies sind aber auch ganz interessante bei ich finde hier das kommt glaube ich aus dem margrave die arena diese eagle wesen finde ich sehr sehr niedlich sehr cool und den fähigkeiten was die können muss ich sagen bin ich raus das habe ich mir noch nicht geschafft durchzulesen dann gibt es den spezies auch einige features auch da mal ganz kurz rein scrollen ihr merkt ich werde jetzt hier relativ viele kompendien durchgehen aber ich glaube das ist wichtig dass ihr einfach wisst was bekommt ihr für 40 dollar hier haben wir die sprüche sind über 50 ich werde es einfach mal so glauben auch ausgearbeitet und wenn möglich mit den jeweiligen details hier versehen und wenn möglich ich glaube auch mit den effekten das habe ich auch nicht kontrolliert aber ich kann mir nicht vorstellen dass sie die ganzen spezies anlegen ohne dass es effekte gibt ich finde jetzt keinen vielleicht sind sie auch nicht und das kann ich euch nicht sagen aber sonst ist das so angelegt wie es erwarten würde mit den schadensformeln wenn es welche gibt die zauberwirkungen und so weiter gibt es noch trinkets eine trinkets tabelle eine einzelne roll table hier hat man viel wert darauf gelegt dass es sortiert ist das mag ich auch ganz gern dass es nicht alles in einen topf roll tables geworfen ist und ich muss dann aus diesen roll tables die kategorie raussuchen im compendium stört mich das auch gar nicht so ganz wenn das mal getrennt ist dann gibt es hier noch ja fahrzeuge und kriegstiere das auch als ausrüstung ich glaube damit man es kaufen kann in einem shop denn hier habt ihr auch noch mal für die kriegstiere einzelne akteure angelegt clockwork tutor clockwork warhorse die man dann seinen spielern zeigen kann dann gibt es noch ein paar waffen waffen optionen das sind zusätzliche varianten die man mit seiner aktion auslösen kann für die waffe das finde ich sehr interessant es gibt noch so ein bisschen eine varianz zu ich haue einfach nur drauf ich weiß dass in dem handbuch der held muss auch von cobalt press ist auch viele davon drin sind da bin ich echt gespannt ob ich das mit meiner gruppe einsetzen werde oder nicht wie das den kampf noch mal verändert und vielleicht noch ein bisschen variationen in die kämpfer einbringt ganz spannendes thema wie könnt ihr mal wenn ihr tiefer in die in die seite schreiben ob es so etwas auch schon in wizards of the coast werden gibt ich kenne das jetzt bisher nur von den cobalt press werken habe aber auch von wizards ehrlich gesagt nur die die dreifaltigkeit der bücher und dann gibt es noch einmal den tom of heroes die journal einträge die ich euch gezeigt habe ja im endeffekt ein relativ langweiliges showcase von inhalten ich persönlich finde diese inhalte aber sehr spannend denn ja ich muss gestehen mir fehlen so ein bisschen fertige inhalte verdienen die in foundry und es gibt natürlich die möglichkeit über ein modul aus beyond gewisse sachen zu bekommen ich finde aber hier hat sich jemand mit diesem modul sehr viel mühe gegeben sehr viele zusätzliche inhalte spendiert und im endeffekt braucht ihr primär das spieler handbuch dann das monster hand gegebenenfalls auch und dieses hier könnt ihr dann darauf setzen und in jeder eurer settings einsetzen man muss natürlich gucken ob es die spezies die der spieler dann haben möchte dort gibt aber das ist relativ kompatibel zu den anderen sachen auch das ist für mich ziemlich neu ich stehe jetzt erst seit kurzem in d&d ein und ich finde die cobalt press sachen sehr sympathisch ich werde nämlich auch demnächst in die mythgard welt einsteigen und ich glaube da passt dieses noch mal ganz gut zu ich hoffe dass es irgendwann eine deutsche übersetzung geben wird ich weiß ja nicht ulysses ne weil von cobalt press wird es natürlich nicht kommen aber ihr habt ihr ein recht großes umfangreiches werk abschließend dazu möchte ich noch mal sagen das sind 40 dollar die ihr da investieren müsste es bleibt eure entscheidung ob es euch das hier wert ist oder nicht ich finde handwerklich kann man da nicht meckern da wurde versucht die von möglichkeiten so gut es geht auszureizen ihr habt ein recht umfangreiches paket was ihr bekommt aber ob ihr das wirklich ob euch das 40 dollar wert ist das ist sehr individuell ich bin ziemlich froh dass jetzt zu haben hoffe es sukzessive in meine gruppe eingeführt zu bekommen und muss sagen mir gefällt das modul ganz gut ja wenn euch das video gefallen hat oder ihr fragen oder anmerkungen habt schreibt mir das in die kommentare vielleicht kann ich ja von cobalt press noch mal weitere für dinge vorstellen zum beispiel haben sie auch noch zwei abenteuer module die ich recht interessant finde die ich mir vielleicht mal angucken werde wenn ihr da bock darauf habt schreibt es mir einfach und wir hören und sehen uns beim nächsten mal ciao